hallo willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play raimin origin und wir wechseln mal wieder die figur ich denke mal die unterschiedlichen kleinen linge spielen nicht wirklich eine rolle nehmen wir mal den blauen raimin finde ich ja eigentlich schon cool dass man überhaupt die wahl hat dass man auch wechseln kann das ist schon ganz nett schneeflug ist der nächste level das ist doch ein ganz anderes spielgefühl mit raymond glaube ich auch wenn es eigentlich gleich sein müsste aber irgendwie fühlt es sich besser an ups ok gucken wir mal durch kriegen wir das auch noch anders geregelt ja so nun kommen knappe aktion und geschafft das muss einem doch gesagt werden dass das dann in dem moment runter fällt wo sind wir denn hier gelandet in irgendeinem haus so wie es aussieht die musik ist ja auch mal total geklopft bleibt das oben ähm die gefallen mir nicht die gefallen mir nicht na ich wollte schon sagen Help me, aber wo? Ja, unten geht's auch lang. Ja, cool. Mhm. So, Käfig Nummer 1, hoffe ich doch mal. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, er macht den gleichen Dance. Ah, das ist ein Raymond Glowbox, ne? Oh. Das ist jetzt ungünstig. Ich nehme mal an. Wir kommen unten auch hin. Na, ich will doch hier unten wieder hin, um die anderen Lumps einzufangen. Geht doch. Ich hoffe, da unten ist nicht noch was versteckt. Äh, wo ist denn Lils? Ist das Popcorn? Oder Mais? Also eigentlich... Egal, ist er der gleiche. Wieso ist er denn so langsam jetzt? So, in Zeitlupe, als ob die Frames so ein bisschen nach unten gehen würden. Haben wir irgendwas verpasst? Nö, sieht nicht so aus. Auch bin ich... ...gern. Oh, vielleicht sind wir das noch gebrucht. Okay, hier müssen wir wieder fünf Stück besiegen. Oh, oh. Herz verloren, aber doch noch nie gekriegt. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Na? Ich will doch helfen. Yeah. Jetzt läuft's wieder. Ähm. Ich nehme mal an, da kommt eine Gabel rausgeschossen. Nein! Okay, nochmal. Ah, die haben wir nicht bekommen. Ah, die haben wir nicht bekommen. Und Käfig Nr. 2 haben wir auch hinbekommen. Oh, fast runtergefallen. Verdammt. Verdammt. Oh, oh. Ah, den kriegen wir nicht mehr. Nein! Ah, das waren ja... ...Kieselstacheln. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Nur springen. Oh, jetzt habe ich mich selber entflammt. Kriegen wir das Herz noch? Ah, ne. Jetzt sind wir durch. Verdammt. Egal. Egal. Die kriegen zwar den Rist vermutlich jetzt... Jetzt springt er gar nicht mehr bei der... Oh, oder was? Na gut. Jetzt ist es eh weg. Ich dachte jetzt eigentlich, wir sind langsam am Ende vom Level, aber... Jetzt ist es wieder so lahmarschig. Ne, da wollen wir noch nicht hin. Jetzt ist es wieder so. Eine Münze. Na. Okay. Nochmal den Abschnitt. Geh, geh, geh! Geh, 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 geh! Die Münze nochmal und dann kriegen wir das hoffentlich jetzt besser hin. Warten wir mal ab. Uh, schon 312... Lumps! Geh, geh, geh! Nein, nein! Level geschafft! Dafür haben wir jetzt immerhin zwei Smileys bekommen. Electoons, glaube ich, hießen die. Aber auch wieder etwas knapp an der Medaille vorbei. Leider, leider. Weiter geht's! Oh ja, definitiv. Das war ein Frame-Einbruch. Hier geht's wieder zügig voran. Hör mal, eine neue Figur. Ja, okay, kennen wir auch schon. Ich bin gespannt, wer das ist. Das sehen wir dann vermutlich in der nächsten Folge. Spitze bedanke mich. Bis dann!